Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Fire Emblem Engage. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja meine Leute, und herzlich willkommen zurück zu Fire Emblem Engage. Ja, wie ihr seht, starten wir heute im Somniel und nicht da, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Äh, warum sind wir im Somniel? Ganz einfach. Äh, ich wollte mal die letzten Funktionen hier zum einen mal gucken. Man kann ja bei der Arena irgendwas machen. Wir haben zigtausend Bandgespräche, also heute wird wahrscheinlich nix Storymäßiges passieren. Und ich habe schon gesehen, dass man da hinten auch noch im Café irgendwas machen kann. Und ja. Man sieht schon, dass ich hier Micaya zum Beispiel neu zugeordnet habe, dass ich sie jetzt bei mir habe, weil Marv habe ich vom Prinzip her durch. Ja, ich habe geschlafen. Ich schlafe immer. Du hast nie verlaufen, zu erlösen, Micaya. Ich denke, es ist das geringe Schmerz, das du hast. Ich schmerze meistens, wenn du da bist. Es ist nur etwas warmes und komfortvolles über dich. Du bist aber auch eine, äh, gütige V. Ja. Äh, was habe ich seit dem letzten Mal gemacht? Erstens habe ich eine Filmsequenz bekommen, nachdem ich da die eine Stelle verlassen habe. Ich habe das aber auch aufgenommen. Keine Sorge, Leute. Also, ich spiele das mal eben kurz hier an der Stelle ab, was ich da aufgenommen hatte. Also, ich spiele das mal, was ich da aufgenommen habe. Das ist das letzte von ihnen. Das bislang ist endlich sicher. Aber es ist noch nicht gut genug. Ich muss... Ich muss mich zu sein, Zu sein, wie du warst. Ich liebe dich so viel. da habt ihr jetzt die sequenz gesehen und des weiteren ich habe wie versprochen die charakter ein bisschen trainiert also wirklich ein bisschen trainiert dass alle so mindestens level 10 sind außer die beiden da bin ich noch nicht bei level 10 angekommen aber alle anderen halt schon wir haben ein paar band gespräche vor uns die film wird auch hier zum beispiel müssen wir auch noch mit anna reden hmm hmm maybe i'm coming at this wrong what are you thinking about anna oh that's lady anna to you but to answer your question i'm brainstorming new products more stuff to sell huh Ja, du weißt, was der Day der Sweethearts Day ist? Ich glaube, ich habe es gehört. Es ist, wo die Frauen sichern, was sie? Das ist das. Usually, die Leute sichern, die sichern, die sichern, aber das selbeige Gift, jedes Jahr, verliert seine Lust. Also, ich bin, um zu verkaufen, etwas mind-blowing, das erzeugt die Spur. Wow, das ist ein ziemlich lofty Ziel. Oh, quit treating mich wie ein Kind und helft mir hier, Divine One! Nothing I've come up with so far has grabbed me, so I could use someone else's input. Hmm, let's see here. Something new for Sweethearts Day. How about... Necklaces? I see you have your finger on the pulse of the average Sweethearts Day participant. Necklaces are almost as played out as flowers. They're hardly going to blow anyone's mind. Oh, I see. Customers don't want something, they can get anywhere, they want something one of a kind. The constant need to come up with goods like that is what makes my line of work so tricky. Got it. I'll keep thinking. We'll come up with something good eventually. Hmm. Du hast aber interessante... Geschäfte vor dir. Übrigens, ich hab jetzt auch mal das Online-Feature ein bisschen ausprobiert und das bringt tatsächlich nicht so viel. Ein bisschen Bandzeug, ein bisschen... ...sehr schwache Items. Also, ja. Hm. Nicht besonders viel. immer immer doch ich habe so du musst du dich gut kennenlernen sicher ich meine ja die Leute die Leute kennen mich ich glaube, dass einige unserer Beziehungen nicht mehr zu haben haben wir bereits eine Reputation ich muss mich fragen es muss sich Fragen geben Nein, ich meine ich kann dich vielleicht nicht machen was? warum? Warum? Weil ich leid. Ich habe niemals ein mercenar. Du hast es gesagt, und es war schön. Also, ich ging mit ihm. Entschuldigung. Ich bin... Ich bin... Du fragst mich über meine Vergangenheit. Ich panisch. Und wie immer, ich schaue hinter eine Lie. Ich bin wirklich entschuldigung, Divine One. Ich sollte dich nicht beschädigen. Du hast nur versucht, mich zu schrauben, und ich habe einfach nur zu verraten. Ich nehme meinen Weg. Ach, Junaka. Ähnlich kein Wert am längsten, Junaka. Ich habe übrigens gelesen, irgendwas wäre hier mit dem Brunnen, aber dafür baue ich ja die Amiibos. So, da oben in der Ecke wollen auch noch richtig viel mit mir reden. Hier wollen drei Leute was von mir. Nein, wie will ich? Erstmal Unterstützungsgespräch. Morgen, Divine One. Ich bin glücklich, dass du dich auf die Seite zu wundernst? Ach, ja, ich bin glücklich, wenn ich meine Freunde sehe. Ich sehe, ich auch. Aber, äh, ich bin glücklich. Ist es etwas, was ich für dich tun kann? Du bist lange awake, aber es muss sich schwer sein. Es gibt noch viel, was du noch anpassen kannst. Sag dein Freund, Alfred, alles über das. Lass mich denken. Nein, es gibt nichts, was mich an der Moment. Gut, gut. Aber wenn es etwas gibt, dann möchte ich die erste wissen. Ich weiß nicht, bevor du zu Lethos verlassen hast, fragst du mich als Freund, um dir Dinge zu erzählen, um dir zu helfen. Und zu wissen, dass du Freunde zu sein wolltest, hat mich einfach geklappt. Unsere Freundschaft macht mich auch glücklich, Alfred. Gut zu sehen! Und unterscheidet sich von Übung zu Übung. Äh... Aber klappt mich ja. Oh nein, ein Ars Bäm. Ich bin schon am Spam. Äh... Äh... Warum muss ich jetzt noch einmal Sport machen? Perfekt! Ich bin doch gerade eben erst aufgestanden. Seht gut! Perfekt! Seht gut! Drei noch! Du hast es! Du hast es! Seht gut! Du hast es! Du hast es! Du hast es! Great job! Ich bin so stolz! Ah, plus Leute! Und zwar mit drei Plussen. Jetzt habe ich Sport getrieben. Nein, bitte nicht! Jeanne? Du brauchst nicht genug Farben in den Café? Oh nein, ich fiesse eigentlich von medicinerledigen Herben. Schaut? Wauw, du hast schon schon einen Tonnen geklärt. Diese ist eigentlich ein Alaner. Und diese habe es für immerbedinglich in vielen Ointments. Sie commenting auf meiner Spam. ühre zu werden, weil die auch immer zu finden. Aber die hat es jetzt nahe zu finden. Also ich fiesse hier, die ich zurück zu meinem Vater. Für die Klinik auf deiner Irland, was ist es gut? Wenn die dort wieder wachsen würden, wäre gut. Das wäre eine große Hilfe. Danke dir. Konnte nur was bei dir machen, oder? Nee, ich kann dir ein Geschenk geben. Da rieche Mom macht Training. Ich habe mein Limit für Training heute. Du machst zu viel, Junge. Ich habe meine obligation für dich, Divine One. Keine Hesitungen zu fragen, mich für nichts. Aber... Es war meine Aufgabe, dich zu warten, seit lange bevor du wachst. Wenn du mir meine Aufgabe für dich selbst wachst, meine Position würde sich nicht existieren. Also bitte, leave diese Trivialität zu mir, wo sie gehören, und sich selbst nicht mehr verletzt. Again, ich empfehle deine Willen zu helfen, aber ich fühle mich ein bisschen schade über all das. Es gibt nichts in all of Elios zu schade über, Divine One. Jetzt muss ich versichern, dass du aus deiner schlafen verletzt, bevor du dich kalt hast. Ähm... Was du für Dinge treibst hier. So... Die Prinzessin, die wir auch noch ein Gespräch führen. Wir werden heute definitiv nicht dazu kommen, irgendwas zu machen. Äh... Man kann mir Gericht über die Verbündeten essen. Oh! Aber dann kann ich meine Unterstützungslevel ein bisschen boosten. Ich kann ja mit den beiden mal essen. Um Gottes Willen habe ich viel zur Auswahl. Dafür sagt mich das ganze Zeug. Okay. Äh... Äh... Das steigert irgendwie alles. Wollen wir noch ein paar Orange hinzufügen? Ja, wir wollen alles hinzufügen. Jetzt wird gekocht. Ich bin sehr gut im Kochen, denke ich. Ich habe das. Ich störe es und schöre es. Warte... Es hat wirklich gut geschlafen. Hey! Hm. Ja. Ich fühle mich weir, dir die Leitungen geben, aber ähm... Ach, danke. Danke für die Ration. Ich habe wirklich gefühlt unsere Teaparty heute gefühlt. Danke für mich, Selene. Das Freude ist alles meine, Divine One. Unsere Konferenz wurde für eine exzellente Speise über einen bereits feinen Teap. Der Teap war gut, nicht wahr? Das florale Noten, die es hatte, war fast unglaublich gut. Ich bin glücklich, dass du ihn erinnert hast. Die Läder wurden in Pyrenee, du weißt. Der Teaparty ist, dass der Teapart von unserem König ist. Das ist mein ganzes Lieblings-König. Ja. Ich habe gehört, dass die Pyrenee lieben die Pastoral-Leitungen gegen irgendwelche Konflikten. Das kam wirklich in dieser Teapart. Da gibt es eine Pyrenees-Folk-Telle, die ich finde, dass du interessant findest hast. Der Teapart ist, dass der Teapart von einem König ist. Der Teapart ist, dass der Teapart von einem König ist. Der Teapart ist. Und du denkst, dass du so ein König wirklich ist? Auch so. Es ist eine leugliche Geschichte. Es ist das Kind von gut-hearten-Telle, das den Pyrenees-Charakter reflektiert, ich denke. Ja. Ja, das ist. Ja, das ist. Na dann. Wir müssen uns gemeinsam noch ein paar Mal wieder gehen. Äh. Ja. Wir müssen noch in die Arena. Und ich wollte in meinem Zimmer noch mal schlafen. Wir waren noch nie in der Arena. So. Was können wir hier lernen? Die Arena kann Verbünde trainieren lassen, um Erfahrungen zu sammeln und ihre Bandlewitz zu erhöhen. Im Standortraining kämpft ein ausgewählter Verbündete mit einem anderen Verbündeten. Das ist kostenlos, aber begrenzt. Okay. Okay, gut zu wissen. Ah, und ich kann auch mal die Fähigkeiten hier haben. Die, die ich freigeschaltet habe. Da sieht man dann auch die Verbündetenlevel da oben rechts, sehe ich gerade. Und von hier kann ich hier diese Resistenzen lernen und die Stabkunst. Bei Marv kann ich mir die Schwertfähigkeiten aneignen. Ich glaube, ich nehme mir sogar direkt Schwertagilität 2. Und Unboxer kalt nämlich mir auch direkt. Ich dachte, die wären permanent aktiv. Aber nein, die muss ich mir holen. Das kann ich bestimmt auch bei anderen, bei denen ich ein bisschen Bandlevel geholt habe. Also ich habe so, während ich trainiert habe, die auch ein bisschen so rumgereicht. Zum Beispiel Zelliga habe ich an Framme auch mal gegeben oder an Klane. Okay, vor Level 5 brauche ich gar nicht als A drücken. Also nur ich habe Fähigkeiten. Okay. Das mit den Resistenzen hole ich mir auch mal. So, Standardtraining darf ich dreimal machen. Ich würde sagen, die, die ich so schlecht trainiert bekommen habe, die trainiere ich. Ich bin, äh, John. Should I really be here? Ja. Hi there. You can call me Lady Anna. So, wer wird gewinnen? Ich würde sagen, John. Er hat die bessere Treffer Chancen. Interessant, ich kann dich hier trainieren lassen. Ich bin Boucheron, Royal Knight of Firenais. Wenn ich gewinne, dann bin ich mit Anna. Ich bin Boucheron. Ich bin Boucheron, die Royal Knight of Firenais. Wenn ich gewinnen bin, dann bin ich bei Anna. Hier. Ich bin Boucheron. Soll ich auch mal an einem Training teilnehmen? Komm, ich nehme auch mal an einem Training teil. Ich werde heute als deinem Gegner sein. Den Kampf kann ich gewinnen. Das endet jetzt. Oh, ein Grit. Der nächste Schlag entscheidet. Ich bin schade, dass ich dich unterestimiert habe. Somehow gewinnt. Ja, Level 16. Ah, und ich kann mit ihm auch direkt reden. So, und dann wollen wir noch jemanden mit dem Leben trainieren lassen. Louis, du bist knapp davor. Teenie mal mit ihm. Ach, ihr könnt ein Bandgespräch so führen. Du bist ein natürlicher Menschenlehrer, oder? Du bist nicht? Ich könnte stand und lernen, diese Kindheit von dir. Ich freue mich einfach, die Arbeit zu sein. Es macht mich glücklich, zu sein, während andere interagieren. Um Gottes Willen, ich habe, glaube ich, das eine oder andere Bandgespräch nachzuholen. Lol. Gegen eine Anzahl von Punkten kann ich auch direkt einfach mehrere Levels skippen. Warte mal, dann mache ich das bei jemandem, der niedrig ist. Du, trainier mal mit Micaiah, weil sie hat diese heilenden Fähigkeiten. Nee, der Inkampf verliert er. Er ist ja die Bandstufe nur, wenn er gewinnt. Du kannst Menschen ohne Medizin oder Stab, oder? Das ist unglaublich. Danke, aber es nimmt mich viel aus. Also ist es nicht etwas, was ich immer alles tun kann. Ja, jetzt hat er ein paar Stabkunstfähigkeiten bekommen. Wird schon recht nützlich sein. So, jetzt kann ich direkt alle nachgucken, ob irgendwer noch ein Bandgespräch führen muss. Ja, du hast ein Gespräch mit Celica. Clan? Warum bist du so weit weg? Komm hier und chatte mit mir. Äh, ich? Hab ich mit Frau Celica gesprochen? alone? Oh wow, ich denke, ich könnte sterben. Junge, beruhig dich. So, Yunaka sollte ein Gespräch führen, tatsächlich mit Marv und nicht mit Micaiah, weil ich hab auch mit Marv ein bisschen kämpfen lassen. You speak with a most unusual dialect, Yunaka. Where did you pick it up exactly? Oh, nowhere. I'm one of a kind. Wanna give it a try? Say it with me. Zappi! Nee, ist nicht so Marvsart. So bei vier haben die das Gespräch. So, das war klar, dass ich hier ein Gespräch führen lassen kann. So, sonst noch wer? Oh, ich kann mit Marv noch ein Gespräch führen. You're just about the strongest person I know, Marv. How can I be more like you? You can accomplish great things if you let your bonds with your friends become your strength. Oh, das Schwert von einem Blieben Marv. Verdoppelt die Erhaltende Erfahrung des Trägers. Oh. Nexp in Farm Klicke. Und 10 ist dann auch das Maximum. Wahrscheinlich ist Level 10 bei jedem, dass man nochmal ne Waffe freischaltet. So kann ich sonst noch wem hier jetzt erben lassen? Äh, äh, John im Bestfall, ne? Bisschen mehr Heilung. Heilige Heitung. Die neb ich. So, hier kann ich mir nichts mehr leisten. Haben die die Fähigkeiten jetzt generell? Ne, die muss ich hier einfügen. Okay, die Schwertagilität und die Unbeugsamkeit hätte ich gern bei dir. Du kannst dir direkt beide Fähigkeiten gönnen. Was schlau dir das zu gönnen? Okay. Dann haben wir hier jetzt glaube ich auch weiter nichts besonderes zu tun. Ich lege mich hin. Er will jetzt schon wieder bei mir im Schlaf stören. We decided to take turns waking you from your slumber, divine one. Today the duty falls to me. How soundly you sleep. I hesitate to wake you needlessly. Alas, such is my duty as a steward. Divine one. It's best you start getting up. Good morning. Da steht mein Butler. Dass ich mich derjenige sein kann, um dich zu wagen, ist in Wahrheit ein Ehre. Hatten wir mal wieder so ein Gespräch? Oh, was ist hier denn passiert? Okay. Okay. Ah, okay. Jetzt kann ich zum Beispiel sagen, die sollten hier im Obstgarten ein bisschen Spaß miteinander haben. Louis? Was machst du da? Oh, hello, divine one. Ich war nicht so etwas von mir, wirklich. Ich habe nur gesehen, die zwei da oben da, zu sprechen mit einem anderen. Um, okay. Und du machst das, warum? Das ist die Frage, ist es nicht? Es gibt all sorts von philosophischen Implicationen zu dem einfachen Aktuellen zu fragen, warum. Zu welchen, ich glaube, ich würde antworten... für Edification. So you watch people chat in order to learn things? Precisely. There is deep meaning in these seemingly simple encounters. Through observation, many delightful and subtle details reveal themselves. When one treats them as one would treat a gallery piece, can there possibly be any harm? They're, uh, I think maybe they're... Das ist so hoch. Right or wrong goes beyond rules and laws. There's courtesy and decency. If you knew they didn't like being watched, you'd stop, right? But of course, divine one. I would never elevate my appreciation above their own comfort. Just so we're clear. Well, then, I guess, I'll leave you to it. Very good, divine one. I trust that I have eased any concerns you had. Oh, but of course, even though I am surveying. Oh, so I would like to go. Then, let's go. Okay. If you'd like to go. okay wir haben noch zwei orte da muss ich hin hier soll ein ereignis sein beim brunnen wo ist denn der alte brunnen ein teich kann ich glaube ich was machen ne beim schwimmbad kann ich mit irgendjemandem schwimmen gehen auch das will dass ich das spiel wieder ich mit einer schwimmen gehe ich hole ich ein kleine ich kann von hier hat direkt den stadt jetzt soll ich auch mal schauen geht ihr beide dahin da hat sich ja gar nichts getan okay leute ich würde sagen wir haben damit dann für heute genug vom somnie gehabt beziehungsweise genug gesehen war mal schön nach einer zeit wieder hier rein zu kommen ich weiß ja dass ich jetzt dort auch meine leute ein bisschen verstärken kann ab und zu mal da vorbeigucken wegen den gesprächen eventuell auch einmal pro folge da die truder schlafen lassen nach möglichkeit irgendwie wenn es euch gefallen hat leute den nächsten schlafen oderutsche finden ab und ein like da und wie sehen uns beim nächsten mal wieder tschös FO Tschüss.